Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir das allseits bekannte Masters of the Universe Brettspiel, Pop-Up-Spiel aus den 80er Jahren. Die meisten von euch werden es sicherlich noch kennen von früher. Ich habe dieses Spiel ja schon in einem anderen Video vorgestellt, das ist aber schon zigtausend Jahre her. Das ist sehr, sehr lange her. Und heute möchte ich es gerne mit euch spielen, aber ihr habt es im Titel vielleicht schon gelesen, es gibt eine Veränderung. Denn so toll dieses Spiel auch ist, es ist wirklich einen tollen Unterhaltungswert, es hat einen entscheidenden Nachteil, es gibt keine schönen Spielfiguren. Es gibt nur diese Standard-Nöppelchen, die man auch aus hier Mensch ärgerlich nicht kennt und so. Und da kam ja eine Idee, ich könnte doch stattdessen die Mega Constructs-Figuren benutzen. Die sind ja von der Größe ungefähr so wie diese Nöppelchen, sehen aber wesentlich schöner aus, wesentlich detaillierter. Und ich habe gedacht, wir nehmen uns einfach Zauberrüstung, He-Man und Teela. Ich halte es mal in die Kamera. Und diese beiden kleinen Winzlinge werden uns jetzt hier durch das Spiel begleiten. Ja, man soll euch machen. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Du musst umgehen zum Kanzel Greyskull kommen. Es ist ungeheuer wichtig. Ich mach mich sofort auf den Weg. Ja dann, auf nach Greyskull. Wer die Zauberin ruft, dürfen wir keine Zeit verlieren. So, nun bin ich bereit, das Spiel zu beginnen. Das Einzige, was jetzt noch schief gehen kann, ist, dass diese beiden kleinen Figuren nicht stehen, sondern umkippen. Man kennt's. Auf jeden Fall viel Spaß bei unserer Mission, Greyskull zu erreichen. So, bevor es losgeht, zeige ich euch nochmal die Verpackung des Spiels. Wie gesagt, die meisten von euch werden es noch von früher kennen. Für diejenigen, die es nicht kennen, erkläre ich es gleich mal kurz. So, das ist übrigens die Rückseite. Ja, so haben wir hier einmal die Anleitung des Spiels. Die werden wir aber nicht brauchen. Ich weiß noch, wie es geht. Das hier ist unser Würfel. Ja, statt eines Würfels haben wir eine Drehscheibe. Jeder, der am Zug ist, schnippt das Ding an. Es dreht sich und je nachdem, welche Zahl dann erscheint, so viel Filter muss man dann vorrücken. So, wie gesagt, T-Man und T-La werde ich versuchen, als Spielfiguren zu benutzen. Ich hoffe, das wird funktionieren. Wenn nicht, naja, egal. Hauptsache, es geht hier um den Spaß. So, und das hier ist unser Spielbrett. Wir klappen es auf und eine dreidimensionale Welt erscheint. Ist das nicht gut? Man muss sagen, damals für die 80er Jahre ist das schon richtig gut gemacht, oder? Guck mal. Das ändert so ein bisschen an das Leiterspiel. Man zieht halt vor, je nachdem entsprechend seiner Würfelzahl. Und es gibt natürlich auch Anweisungen auf dem Spielbrett. Zum Beispiel, hier steht jetzt Skeletor einmal vorwärts. Was das bedeutet, erkläre ich euch jetzt gleich. Aber schauen wir uns noch mal ein bisschen dieses Spielbrett ein. Lassen wir uns noch ein bisschen auf uns wirken, wie toll das hier aussieht. Guck mal. Ich weiß nicht, ob das hier so sein soll. Also, es sieht ein bisschen anders aus, aber auf jeden Fall cool gemacht. Hier ist das Ziel, das Tor von Castle Grayskull. Nur mit einer genauen Würfelzahl können wir unser Ziel erreichen. Und hier sind die beiden Vulkane, die zu unserem Hindernis wählen. Hier haben wir einmal Beastman, der nicht richtig stehen will. Und hier haben wir einmal Skeletor, der auch nicht richtig stehen will. Diese beiden, Skeletor und Beastman, bewachen jeweils einen Vulkan. Wenn wir eine 6 würfeln oder die entsprechende Anweisung kriegen, zum Beispiel hier Skeletor nach rechts, müssen wir den Vulkan drehen. Und dann, hier sieht man schon, öffnet sich ein Krater. Und wer in diesen Krater fällt, ja, der muss um die entsprechende Anzahl der Würfel wieder zurückgehen. Es ist also ein Wettbewerb zwischen He-Man und Thieler, wer jetzt als Erster das Ziel erreicht. Natürlich, wenn man Lust hat, kann man das Ganze auch noch schwieriger machen. Man kann jetzt sagen, wer in den Krater fällt, der hat verloren. Das Spiel ist zu Ende. Das Spiel steht zwar nicht so in den Regeln, aber hey, man kann ja mit den Regeln machen, was man will eigentlich, weil man hat das Spiel schließlich gekauft und bezahlt. So, ja, dann werde ich jetzt mal mich in Position begeben und mal gucken, was das jetzt hier wird. Ach ja, eine Sache noch, bevor es losgeht. Wenn man auf einem Spielfeld landet, auf dem bereits ein anderer Spieler steht, dann wird der jetzt nicht rausgeschmissen oder so, sondern der wird einfach dann um ein Feld zurückversetzt. Sollte er dann in einen Vulkan-Krater fallen? Joa, Pech gehabt. So. Ich habe es tatsächlich geschafft, He-Man und Thieler dazu zu bringen, dass sie zumindest für Iron Man stehen. Und ich finde, die Mega-Konks-Fax-Figuren, ja, die passen wirklich gut zu dem Spielfeld. Also, war eine witzige Idee, die ich da hatte, muss ich schon sagen. Aber muss man sich auch mal selbst loben. So, dann würde ich sagen, Ladies first, wir fangen mit Thieler an. Und los geht's. Das ist, ist das noch eine 4 oder ist das eine 6? Es ist noch eine 4. Okay. Thieler, bitte rücke vier Felder vor. So, 1, 2, 3. Hier muss sie jetzt hin. So, dann ist jetzt He-Man an der Reihe. Eine 1. He-Man, bitte rücke ein Feld vor. Und bitte nicht hinfallen. So, Thieler ist dran. Das ist eine 2. He-Man ist dran. Wieder eine 1. Also, sieht gerade nicht so cool aus für He-Man. So, ich bin gerade gegen Thieler gestoßen, die daraufhin direkt umgefallen ist. So, weiter geht's. Also, 2 für Thieler. Thieler, bitte stell dich hier hin. Ah, ich wusste, dass das passieren würde. So. Eine 4 für He-Man. Thieler ist schon wieder umgefallen. Das habe ich da wieder für eine tolle Idee gehabt, ey. So. Weiter geht's. Eine 6. Eine 6 für He-Man. Das heißt, wir müssen gleich den nächsten Vulkan drehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt drehen wir den Vulkan um ein Feld. Und ihr seht, der Krater verschiebt sich. Hier das Gleiche. Um ein Feld. Und der Krater verschiebt sich. Ne, das war nix. Nochmal. Eine 1 für Thieler. Ich kriege irgendwann Rückenschmerzen. So, das ist ein wenig unbequem. He-Man. He-Man. He-Man, eine 3. So. 1. Ah, He-Man. 1, 2, 3. Und schon ist He-Man in den Krater gefallen. So. Laut den Regeln des Spiels müsste He-Man jetzt 3 Felder zurückgehen. Aber ich finde, wir machen das schwieriger. Wir machen das schwieriger. He-Man ist aus dem Rennen. Paff. Erledigt. So. Jetzt kommt es auf Thieler an. Eine 3. Eine 3 für Thieler. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eine 3. Nochmal eine 3. Thieler hat fast den ersten Vulkan überstanden. Eine 1. Und sie fällt gleich um, die gute. Ja, komm, legen wir sie hin. 1, 2. Aber es ist irgendwo langweilig, wenn ein Thieler dabei ist, oder? Ich glaube, meine eigene Regeländerung, die gefällt mir jetzt doch nicht mehr. Wir lassen He-Man wieder mitmachen. Aber zur Strafe muss er wieder von vorne anfangen. So. So. He-Man. 1, 2, 3, 4. Die bleiben nicht stehen, die Dinger. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo ist unsere Thieler? Da ist unsere Thieler. Und wir müssen die Vulkane wieder drehen. Diesmal. Wenn sich die Vulkane in eine Richtung nicht weiter drehen lassen, sagt die Anleitung des Spiels, einfach in die andere Richtung drehen. So. So, He-Man. Jetzt zeig, was du kannst. Du hast immer noch die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. 4. 1, 2, 3, 4. So. Weiter geht's mit Pülo. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt müssen wir den Krater wieder drehen. Hat Thieler mal wieder Glück gehabt. Sie ist nicht reingefallen. Aber wir müssen auch den anderen Krater wieder drehen. So. He-Man. Bei der Macht von Greyskull. Drei Felder vor, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drei. Tida. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Die fällt Kopf über die Vulkane. Ich würde sagen, die hat sich gerade das Gesicht verbrannt. So. Ist das eine Drei oder ist das eine Eins? Es ist eine Drei. He-Man. Eine Drei. Das heißt, He-Man steht jetzt hier am Kraterrand. Da, wo er schon einmal versagt hat. So. Das ist eine Drei für Thieler. Eins, zwei, drei. So. Thieler hat beide Vulkane überstanden. Jetzt mit der richtigen Würfelzahl kann sie schon fast das Tor von Greyskull erreichen. Ja, He-Man. Muss sich ein bisschen anstrengen. Eine Vier. Eins, zwei, drei, vier. Da steht He-Man jetzt. Für Thieler eine Eins. Müsse ich mit einer Eins voran. Und sie fällt schon wieder um, die Gute. Jetzt bleibt doch mal stehen. So. Also grundsätzlich finde ich ja, dass das eine lustige Idee ist mit den Mega-Constructions-Figuren. Die bleiben halt nur nicht so gerne stehen. Aber sieht auf jeden Fall besser aus als diese Mensch, ärgere dich nicht in der Bildchen. So. Das ist eine Drei. Eine Drei für He-Man. Eins, zwei, drei. So. Kommt, Thieler. Hol dir die Macht von Greyskull mit einer Eins. So. Hier steht jetzt Anweisung Beast-Man ein. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Hier steht Beast-Man einmal drehen und zwar vorwärts. Also den Beast-Man-Vulkan einmal vorwärts drehen. Geht aber nicht, da er schon diese Stellung erreicht hat. In dem Fall heißt es einmal zurück. Steht so in der Anleitung. Wenn sich der Vulkan in eine Richtung nicht drehen lässt, dann muss der Krater halt in die andere Richtung gedreht werden. So. He-Man, zeig was du kannst. Zeig es uns. Eine Fünf. Ja, eine Fünf für He-Man. Zwei, drei, vier, fünf. Und was steht hier? Fünf Felder zurück. Also, wieder zurück an die gleiche Stelle. So. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen konntet. Hier dieses Feld. Fünf Felder zurück. Da ist He-Man drauf gelandet. Also musste er wieder zurückgehen. So. Für Thieler haben wir eine Zwei im Angebot. Für He-Man haben wir eine Drei im Angebot. Eine Eins. Thieler hat es heute mit der Eins, ne? So. Und weiter geht's. Komm schon. Eine Drei. Also, He-Man will es gerade nicht stehen, aber er ist auf diesem Beastman-Feld hier gelandet. Das heißt, der Beastman-Vulkan muss wieder gedreht werden. So. Thieler, komm. Gewinn mal eben das Spiel jetzt hier. Mit einer Drei. Eins, zwei, drei. So. Wenn Thieler jetzt eine Drei das nächste Mal würfelt, hat sie das Spiel gewonnen. Würfelt sie eine Vier. Pech gehabt, dann muss sie stehen bleiben, weil nur mit der genauen Würfelzahl kann man das Spiel gewinnen. So. He-Man, du bist dran. Eine Drei. Also genau das, was Thieler jetzt brauchen könnte. Also, ich kriege He-Man jetzt gerade nicht mehr dazu, dass er steht. Auf jeden Fall muss der Beastman-Vulkan schon wieder gedreht werden. Funktioniert nicht, also in die andere Richtung. So. Eine Zwei, Herr Thieler. Fast gewonnen, würde ich sagen. Ja, nee, 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 nee. Nicht cheaten, Thieler. Jetzt nicht hier kopfüber in das Tor reinfallen. So gewinnt man dieses Spiel nicht. So, es reicht, ich leg dich jetzt hier hin. Also, Thieler macht jetzt ein Nickerchen vor dem Tor von Greyskull. Wenn sie eine Eins würfelt, hat sie es geschafft. So. Eine Sechs. He-Man, komm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und wir drehen den Krater wieder um ein Feld, weil es ja eine Sechs war. Eine Drei. Sorry, Thieler, damit gewinnst du nicht. So, He-Man. Was ist das? Eine Vier. Eins, zwei, drei. Vier. So. Wenn sich der Vulkan jetzt dreht, dann hätte He-Man ein Problem. Aber das kann jetzt eigentlich gar nicht mehr passieren. Eine Vier. Sorry, Thieler, damit gewinnst du nicht. He-Man, komm. Eine Zwei. Es wäre ja lustig, wenn He-Man Thieler jetzt noch einholen und sogar überholen würde. Ich würde mich schlapp lachen, wenn es so wäre. So. He-Man steht oder hängt da jetzt eher gesagt so ein bisschen rum. Ja, schon witzig, ne? Die ganze Zeit hat Thieler Einsen gewürfelt und jetzt, wo sie eine braucht, kriegt sie keine. So. Eine Zwei. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich den Beast-Man-Vulkanen drehen, aber das können wir uns ja eigentlich sparen, weil He-Man und Thieler haben die beiden Vulkanen ja überstanden. Also was wird es da jetzt noch, die Krater zu bewegen? Kann ja eh keiner mehr reinfallen. Ich finde meine Idee ja so klasse, aber die wollen einfach nicht stehen. So. Also, Thieler, bitte eine Eins würfeln, um zu gewinnen. Jawohl! Thieler hat gewonnen! Natürlich macht das Spiel wesentlich mehr Spaß, wenn man es mit mehreren spielt. Ich habe es jetzt alleine gespielt. Vielleicht habt ihr euch deswegen ein bisschen gelangweilt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ihr habt euch trotzdem ein bisschen unterhalten gefühlt. Wenn ja, deutlich nach oben. Wäre cool. Den Kanal abonnieren, falls es noch nicht geschehen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss, alle regegussade. Tschüss, alle regegussade. Tschüss.